Wenn die Faschingsgilde in Traskirchen eine Narrensitzung veranstaltet, dann ist das die wohl beste Gelegenheit, um in Faschingslaune zu kommen und eine unterhaltsame Zeit zu verbringen. Wir waren mit der Kamera dabei. In den nächsten Minuten lautet die Devise also, hilfsbereit durch Fröhlichkeit. Kommt hier rein! Einmal! Jetzt ist sie da, die fünfte Jahreszeit. Nach zwei Jahren Pause ist es endlich soweit. Vergesst nun kurz die vielen Sorgen und am besten gleich bis übermorgen. Auf diesem Feste sollt ihr lachen und auch viele Späße machen. Hallihallo! Die Narrensitzung hat begonnen. Die Faschingsgilde Traskirchen lud zu einem der Höhepunkte in der Faschingszeit, zu einer ihrer Narrensitzungen. Dabei gab es ein buntes Programm mit jeder Menge Sketches, Gesang und vielen mehr. Es ist eine Sitzung für die Bevölkerung mit Sketches, Tanznummern, also quer durch den Gemüsegarten. Und ja, es macht immer wieder Spaß für die Leute etwas auf die Bühne zu stellen. Es soll Freude bringen, es soll die Menschen zum Lachen bringen und es macht natürlich uns auch Spaß, wenn wir da mitmachen können. Da ist im Prinzip der Höhepunkt der Faschingssaison, ausgenommen des Umzuges. Das ist das, wo wir das ganze Jahr üben, Sketche einproben und solche Sachen machen, um einfach den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Wie Sie wissen, haben die Künstler zweieinhalb Jahre ganz, ganz schwer gehabt. Wir haben es zwar überbrückt mit Studio und neuen Lieder aufnehmen, aber ja, das Herz ist wieder da, live Publikum überhaupt in einem vollen Haus, so wie hier heute, ist natürlich für jeden Künstler, ja, wunderschön. Die Faschingsgilde Dreiskirchen gibt es bereits seit 1977. Seit über 40 Jahren verbreitet sie also die fröhliche Lebensart. Wir stehen für hilfsbereit durch Fröhlichkeit und wir halten sehr viel auf Traditionen. Das ist für uns vorrangig. Also wir unterstützen auch Dreiskirchen, wenn es Probleme gibt, sammeln wir und sind für sie da. Wie schön ist es denn, dass diese heuer wieder über die Bühne gehen können? Also von unserer Seite her, wir sind sehr, sehr froh, dass wir wieder starten konnten. Durch die Pandemie haben wir eigentlich sehr viele Jahre verloren, obwohl heute der Saal wirklich komplett ausverkauft ist. Also wir sind einfach überwältigt vom heutigen Tag. Ja, schön, oder? Das Motto der Faschingsgilde ist seit Jahrzehnten in der Stadt. Es ist fröhlichkeit und hilfsbereit. Also beides, hilfsbereit durch Fröhlichkeit. Und die Faschingssitzungen haben wir so eine Tradition. Ich bin jetzt selber schon ein Vierteljahrhundert im Gemeinderat, seit neun Jahren Bürgermeister. Ich habe schon vieles erlebt mit der Faschingsgilde, viele Erinnerungen. Und ich denke, es ist so eine gute Tradition, das aufrechtzuerhalten. Wunderschön. Es tut gut, bei so einer Faschingssitzung ein bisschen Abstand zu gewinnen. Zu lachen, manche Dinge pointiert zu sehen, das fehlt mir überhaupt ein bisschen in der heutigen Zeit. Und ich glaube, wir sollten, obwohl wir heute lachen, jene nicht vergessen, die es zurzeit sehr schwer haben. Und da gibt es sehr viele. Also im ersten Abschnitt waren das Lieder großen Teils von mir. Und im zweiten machen wir so richtig Party. Wenn ihr noch da seid, dann werdet ihr sehen, wie die Leute stehen werden. Wir machen Ballermann heute und machen alles, was mit Fasching, mit Narren zu tun hat. Mit Klatschen am Boden nach oben und alles, was geht. Und auch das Prinzenpaar aus Berndorf war zu Gast, um mit zu feiern. Naja, diese Narrensitzungen gehen ja auf eine lange Tradition zurück. Das bedeutet auch die fünfte Jahreszeit. Fasching. Wir haben endlich wieder mal Zeit, ein bisschen lustiger zu sein als sonst. Und ja, es ist einfach schön, sich mit den ganzen Gilden wieder zu treffen, alle Hallo zu sagen. Das ist einfach schön. Wir repräsentieren unsere Gilde. Darauf sind wir auch sehr stolz. Und wir versuchen halt, so viele Gilden wie möglich zu besuchen. Und dort einfach anwesend zu sein und die anderen Gilden auch ein bisschen zu unterstützen und zu schauen, was die so machen, wie wir so machen. Das ist schon toll. Was macht denn die Fasching als fünfter Jahreszeit so besonders so interessant? Also in Wirklichkeit in der Momenzeit ist es ja noch viel interessanter, als es bis jetzt immer war. Weil viele Probleme die Menschen haben. Wir haben finanzielle Probleme, wir haben Kriege in der Welt und hin und her. Und der Fasching soll eigentlich da sein. Nicht um diese Sachen zu vergessen, sondern nur kurz auszublenden. Weil man weiß ja, Lachen ist die beste Medizin und um das soll es gehen bei dem Ganzen. Und wir machen natürlich auch karitative Zwecke. Das heißt, wir sammeln bei unseren Veranstaltungen immer für einen guten Zweck, wo wir auch Leute dann beschenken können.